halli hallo hallöchen mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu wwe 2k 16 king of the ring blablabla so rivanu ist mein gegner ich bin der onkel und los geht's also ja wwe 2k 16 unser kleines king of the ring turnier ich bin der onkel und natürlich mein gegner der rivanu hallo halli hallo der onkel ist gut drauf das läuft schon ich habe keine ich habe kein noch mal wiederholte das schon raus nochmal und dann lassen wir das durchlaufen, Viereck. Und ja, ich muss immer noch, ich kriege immer noch Viereck und, oh, und ja, und, eh, du mich, eh, was? Ein Energy getrunken, oder? Wahnsinn, ich hab einen. Echt? Ich noch nicht. Das Problem ist, an der ganzen Situation hier, hast du noch, hast du jetzt einen? Bist du fertig? Nein. Rivano, bist du fertig? Nein. So, kann man loslegen, Rivano, ne? Ich drück noch. Drück immer noch. Gut, okay, ich hab jetzt einen, kann man loslegen, ne? Ich drück noch. Ich krieg nur die selben. Ich hab einen, ne? Ja, ich hab aber noch keinen. Ja, ich hab jetzt mit Sicherheit schon 53 mal gedrückt. Ja, okay, dann können wir jetzt loslegen. Ich hab einen. Äh, nein. Nein, nein, nein. So, dann kann man jetzt loslegen, weil ich hab einen. Ich hoffe, du hast einen guten, den ich dir jetzt gleich wegnehmen werde. Oh, ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Du wirst dich verfickt nochmal kaputt lachen. Du mit deinem Ultimate Warrior. Ja. Mann, du weißt doch alles, du guckst doch. Das ist doch Quatsch. Du weißt doch alles. Ach, Mann, ey. Warum gibst du es denn auch zu? Das ist die Sache. Warum beißt du das denn immer alles? Guck mal, da ist er. Und was hast du? Ja, kannst du gleich sehen. Deine Begeisterung ist gut. Du hast ihn. Gönne, hast du es nicht schon mal so ein? Ja. Guck mal, warum hast du den dann genommen? Weil ich nie gedacht hätte, ich versuche, in so einem scheiß tiefen, schwarzen Loch hängen. Und dann ruhig mal informieren könnte, wenn da Körnel-Mustafa kommt. Aber, ja. Kann da keiner Feuer ausmachen. Boah, ey, alter Schwede, ey. Das gibt Schläge für dich. Warum habe ich den genommen, weil ich nur noch Dugelauf und Körnel-Mustafa da war der Dugelauf und so, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Du hast den Kaktus-Check. Äh, das war Dude Love oder der. Achso. Warum achso? Ich hab das vorher erklärt, es geht auch so. Ich wollte nur mitteilen, dass ich die verstehe. Achso. Achso. So, was ist denn mit dem Lust? Boah, der Typ, der ist ein Einbrecher, ein Knecht, ey. Du bist ein Knecht, du hast. Boah. Das ist... Ach, das gibt's doch gar nicht. Der geht wieder aus der Regel raus, ey. Der kleine Mustafa. Boah. Boah, der ist ja krass, ey. Was der... Guck dir mal, wie... wie groß und... ist das schon heftig, ey. Der Ultimac Warrior. Der kann ich nicht aussprechen. Der Ultimac Warrior. Ultimativer Krieger. Besser? Also, ich hab's jetzt grad so, boah, das hat nicht mehr klappt mit dem Drücken. Coaches. Look at the size of Colonel Mustafa's neck. This guy's put together. Das wäre natürlich jetzt total peinlich, wenn ich jetzt wie... ein Ultimate Warrior verliert gegen Colonel Musterbach. Warum war das peinlich? Ähm... Siehst du, das weiß ich, du hast absolut Null Plan. Null Plan. Null Plan. Null. Na komm, der Ultimac Warrior. Iron Sheep war einer der größten, der jetzt in der Hohlo-Fail ist und sonst, also... Du hast jetzt so einen Schwamm. Ich hab' nie nie kämpfen sehen. Ich hab' nie nie kämpfen sehen. Ich hab' nie kämpf' sehen. Ich hab' nie kämpf' sehen. Bin mir aber nicht sicher. Der Quick Reversal da bei Colonel Muster. Timber! 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 Was ist denn mit dir los?! Keine Ahnung, geht nichts mehr. Ah doch jetzt. Da 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 da. Warte mal Zeit. Ach, jetzt macht er wieder nichts mehr. So meine lieben Damen und Herren. Aua. Okay. Okay. Bam! Erstmal weggeworfen. So. Was haben wir denn noch so zu bieten hier? Mit meinem ultimativen Fighter. Ah ja. Aber bunt ist er, bunt ist er. So, der komische Tatanka hieß der, glaube ich. Der hat auch immer so schleifende Arme gehabt, ne? Der war ja auch nicht jahrelang. Hm. Hey, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? So, dann kann ich jetzt mal wieder bearbeiten. Das ist genau das, was ich meine. War rum. Ich weiß es nicht, ich hab nur was selbst keine Energie. Ah, wir haben aber von der Energie sind wir gleich auf. Wah, raus mit dir. Ah, diesen Powergriff, da, ich glaub das war doch sein Finisher, oder? Dass ich dies hochhebe und wegwerse. Ne, der Finisher aus dem Big Splash. Okay. Das ist so geil aus dem Big Splash. Big Splash! Ja, komm, hebe mal auf da. Mann, meiner reagiert war nicht. Usch. Amazing. Das ist so amazing. Amazing. Ja, doch, das ist ein Signaturek. Ach, scheiße, kommst du noch raus. Boah, auf die Treppe der lieben Stahltreppe. Ich spüre sie in meinem Rücken. Oder auch nicht. Normalerweise dürften die Tritte gar nichts ausmachen. Guck dir mal den Bauch an, ey, Wahnsinn. Merkt er gar nicht. Guck mal wieder rein. Und meiner kann nicht mehr rennen. Der ist total fertig mit der Welt. Danke fürs reinkommen lassen. Danke, oder auch nicht. So, mein Onkel, schön. Jetzt muss ich die mal ein bisschen zerstören, ja. Mann, ey, ich werde von dem Tunnel weggeklatscht. Ich glaube, das hat alle nicht. Weil wegen Bumm. Ach, jetzt fängt der da mit an, mit so'n Scheiß hier. Ich bin aus dem Pfingst, Mann. Ja, ja, ja. War das dein Signature oder war das einfach so? Dein Finisher. Dein Finisher, ja, dann geht's. Ach, so hätt's gegangen. Ja, was soll ich dazu sagen? War immer eine Niederlage für mich. Ultimac, wo ja weg. Komischer Musterverwalter. Ja, ja, aber erst auslachen. Was? Aber erst auslachen. Naja. Ich hab eigentlich das ganze mit der Oberhand gehabt, du kleiner Schlauwerker. Ach, ja. Okay, komm zurück, er geht zurück. Jetzt hab ich ordentlich gewonnen. Ohne falsche Taste gedrückt. Muss ja auch mal sein. Ja, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich bin auf PSN gedrückt, aber das siehst du ja im Video. Fick dich. Ist kein Witz. Aber ich wär auch so nicht rausgekommen, weil ich die ganze Zeit mich im Kreis bewegt hab. Nee, komm, leider so. Okay, ich mach's das jetzt ja. Wir sehen uns morgen wieder. Und tschüss. Nein, wär schon rausgekommen. Ciao. Ich war dran, ne? Okay.